Wissenschaftliche Arbeit ist mehr denn je mit dem Veröffentlichen von Erkenntnissen verbunden, der Publikationsdruck steigt und damit auch die Gefahr, den unseriösen Machenschaften von Abzockverlagen auf den Leim zu gehen. Leonard Dobusch hat sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Wissenschaftliche Fachzeitschriften werden heute meist online konsumiert, viele Artikel sind Open Access und damit frei zugänglich. Früher wurden die Kosten der Veröffentlichung durch Abobeiträge und Bibliotheken bezahlt, heute dagegen direkt von den Artikelautoren oder deren Einrichtungen. Und dieses neue Geschäftsmodell oder dieses neue Finanzierungsmodell von autorenfinanzierten Beiträgen hat zur Entstehung einer neuen Klasse von Zeitschriften, ich würde sagen Zeitschriften unter Anführungszeichen, geführt, die eigentlich gar nicht ein Interesse daran haben, eine Plattform für wissenschaftliches Wissen zu bieten, sondern die eigentlich vor allem eine Chance sehen, Geld damit zu verdienen, dass sie möglichst rasch ohne irgendwelche strengen Prüfkriterien vermeintlich wissenschaftliche Artikel veröffentlichen und dafür halt dann solche Autorengebühren kassieren. Peer Review nennt sich ein etablierter Prozess der Qualitätssicherung. Bei den seriösen Fachzeitschriften werden die eingereichten Artikel vor dem Erscheinen von beauftragten Fachexperten wissenschaftlich überprüft. Man spricht also von doppelblinder Begutachtung. Weder die Autorinnen und Autoren wissen, wer sie begutachtet, noch die Gutachterinnen und Gutachter wissen, wer eigentlich die Autoren sind. Manchmal kennt man die dann trotzdem, weil man sie auf einer Tagung schon gesehen hat, aber prinzipiell läuft das Ganze relativ anonym ab. Und am Ende wird dann, im besten Falle bekommt man ein Gutachten, wo drinsteht, guter Beitrag, aber das könnte noch verbessert werden, hier ist noch ein Fehler. Das korrigiert man, man überarbeitet und am Ende erscheint es. Abzockzeitschriften kassieren zwar das Geld, Gutachten werden allerdings nicht erstellt, Artikel unkontrolliert auf Plattformen veröffentlicht. Allein im Managementbereich gibt es 600 bis 800 solcher Predatory Journals, in allen Wissenschaftsdisziplinen sind es Tausende. Man trifft sich eigentlich vor allem auch im Bereich von Naturwissenschaften und in internationalen sozialwissenschaftlichen Feldern. Wo es solche Faktionale eigentlich noch kaum gibt, ist bei stärker zum Beispiel deutschsprachigen oder lokalen Zeitschriften im Bereich der Geisteswissenschaften, wo überhaupt Zeitschriften, Veröffentlichungen gar nicht so wichtig sind, wo quasi noch die Buchkultur gelebt wird, dort gibt es eigentlich bislang noch viel weniger Probleme mit solchen Predatory Journals. Publikationen sind die Währung der Wissenschaft und oft gilt, je mehr, desto besser. Die Plätze in renommierten Journals sind allerdings begrenzt. Die Ablehnungsquote kann bis zu 90 Prozent betragen. Da kann es manchmal für auch zum Beispiel Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler oder auch für Menschen an nicht so etablierten Institutionen attraktiv sein, einfach irgendwo zu publizieren. Hauptsache, es steht peer-reviewed drauf. Und die Hauptsache, und das ist da auch oftmals eine Überlegung, man weiß gar nicht, wie gut diese Zeitschrift eigentlich ist, das sieht irgendwie auch halbwegs seriös aus. Es ist dann der Artikel im Netz verfügbar, er kann zitiert werden theoretisch. Google Scholar findet ihn vielleicht sogar. Und das heißt, da kann es einfach dadurch dazu kommen, dass auch Wissenschaftler durchaus seriöse Forschung in solchen Journals schicken, weil sie von außen gar nicht erkennen, dass das eigentlich keine seriöse Zeitschrift ist. Während schlechte wissenschaftliche Arbeit in Fachkreisen meist keine Beachtung findet, kann seriöse Forschung in Abzockjournals untergehen, weil sie dort keiner liest. Auch landet Forschungsgeld so in dunklen Kanälen. Und es besteht die Gefahr, dass unseriöse Wissenschaft von Laien und Journalisten bei einer Recherche nicht als solche erkannt wird und dann in die Gesellschaft hineinwirkt. Wenn man heute googelt oder Google Scholar nutzt, um irgendwelche aktuellen Forschungsgegebnisse zu einem Thema zu suchen, dann ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass man dabei auch über Artikel stolpert, die in solchen eigentlich nicht begutachteten Zeitschriften erschienen sind, obwohl begutachtet draufsteht. Und für Laien ist das dann sehr schwer zu beurteilen, ist das jetzt seriös oder nicht. Das andere, was eine Gefahr ist von solchen Fake-Zeitschriften, ist, dass sie eigentlich dem Science-Washing dienen können. Dass also Leute, die irgendein Thema platzieren wollen oder die sich eine wissenschaftliche Legitimation für ihre vielleicht eher fragwürdigen Thesen holen wollen, dass die solche Zeitschriften nutzen, um den Anschein von Wissenschaftlichkeit zu erwecken. Die schicken da irgendwas hin, was irgendwelche Pseudo-Science-Ergebnisse sind. Und ich würde sagen, auch das ist ein Grund, warum man hier überlegen muss, stärker gegen solche Fake-Zeitschriften vorzugehen, weil es da genau um die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft und wissenschaftlicher Erkenntnisse in der weiteren Bevölkerung geht. Und diese Glaubwürdigkeit, die ist eh ohnehin heute durchaus unter Druck, wenn wir an Leugnern des Klimawandels und so weiter denken. Die Lösung liegt für Dobusch in mehr Transparenz. Ein offener Umgang mit dem Begutachtungsprozess könnte den Abzockverlagen das Handwerk legen. Wenn etablierte, traditionelle Journals, die einen seriösen Begutachtungsprozess durchführen, wenn die dazu übergehen, zumindest Teile dieses Begutachtungsprozesses transparenter zu machen, zum Beispiel die Gutachten zu veröffentlichen, zum Beispiel auch die Namen der Gutachter zu veröffentlichen. Das passiert teilweise schon am Ende des Jahres. Zum Beispiel auch andere Formen der Begutachtung zuzulassen, zum Beispiel eben nicht nur Gutachter einzuladen und Gutachterinnen, sondern auch die Öffentlichkeit dazu einzuladen, Manuskripte zu beurteilen, Feedback zu geben. Alles das sind Punkte, die können Fake Journals nicht imitieren, weil genau das ist ja das, wo sie sich unterscheiden von seriösen, von etablierten Zeitschriften. Anerkannte Fachzeitschriften beginnen bereits umzudenken. Der Weg ist aber noch weit, wie ein anderes Beispiel zeigt. Dobusch ist beim Verlag einer renommierten Wirtschaftsfachzeitschrift mit der Idee des Open Peer Reviews abgeblitzt. Offenbar gab es dort Bedenken, hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Veröffentlicht werden soll das entsprechende Gutachten aber trotzdem, und zwar auf einer unabhängigen Plattform.